Norddeutscher Rundfunk 2021 Wie geht es dir? Richard, wir können es jetzt so machen. Du nimmst die Zimme in der Ruhe. Dann schau ich mal das mal. Dann sind wir jetzt ja drüber, schauen wir mal. Darf ich mich hören? Ja. Günther, möchtest du gerade? Absturzgefährdet ist doch schon ein bisschen da, dann müssen wir es ein bisschen. Also gut, wir brennen noch mal zurück. Derzeit gesichert und nichts Gas geben, dass man die Bergung vor Einbruch der Dunkelheit noch stattfindet. Ambulanzdienst Rudel vor den Berg auf Empfang. Ja, wir sind jetzt irgendwo mit der Ausbruch einflösen in ca. 10 Fluss an der Darmstation. Wir waren da bereits in Schattel. Ja, machen wir. Ja, oben drauf ist rechts und noch ein Kind zu unten rein. Dann können wir. Morgen kurz, also geh mal gerne her. Jetzt hab ich's lieber da. Ja, ja. Das ist bald dunkel, ja nicht. Ja. Ja, ja. Wir können eigentlich auch gleich noch was annehmen. Ich bin dabei. Das Monitoring haben wir da weit drauf. Ja. Wenn's dir Besseres machen möchtest, hab ich dir da hergete. Ja, was das? Na, derzeit noch nicht. Ich bin Christoph. Christoph! Christoph, bin ich für dich. Wunderbar. Du glaubst du auch Leute verblascht oder... Leg ich da her, gell? Ja, mein Ernst. Ander bleiben wir. Wir fahren heute mit dem Boden fahrern und Ferrit auf Empfang. Drei Gerstung 5, Einsatzleiter Tal von Einsatzleiter Berg, Ambulansdienst. Einsatzleiter von Bergherzung 5. Das war's für heute. Das ist ein Freude, Alter. Ich hab da wieder an. Hast du das Unterwelle mit der Saalweiche da machen? Mit den Krebs da? Ja, bist du an der Beine? Hast du geholfen, wir haben geholfen? Wir haben einen Rudelton Rucksack. Keine Getue. Möchtest du einen Brandtock oder möchtest du einen Heben? Drei und mehr. Eins, zwei, drei. Jawohl. Drei. Jawohl. Das haben wir gut eingeholt. Das ist ein Bereich, wo wir aufpassen müssen. Irgendwo ein Bereich, wo wir aufpassen müssen. Ja. Das haben wir sehr gut aufpassen. Ja, weil das erst ja noch schlecht, dass man nicht mehr auspacken muss. Jawohl. Super. Drei und mehr im Drei. Drei, die. Die sind mitten die Berge. Ich frage. Anfall? In fünf Minuten? Ich finde der. Folie an der Landgängst. Zeit, gerufen. LK2, D1 und die Verwanderung mit vor. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ach so, die Busch, genau. Die werden wir noch tun. Ja, passt. Ja. Ja. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Jetzt hängt. Ja, passt. Du hängst gut, oder? Ja, weit. Ja, weit. Seil frei. Ja, weit. Ja, weit. Ja, weit. Ja, weit. Ja. 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 Ja, das ist schon so anschaulich. Ja, das ist schon so anschaulich. Ja, das ist schon so anschaulich. Ähm, auch trotzdem, wie ist die Rückmeldung gekommen? Zur gleichen Zeit, dass der Patient mit Anspruch vor ist. Also, es ist die Bergung auch relativ aufwendig gewesen, weil es ein relativ saugelände gewesen ist. Aber ich glaube, es ist letztendlich eigentlich auch ganz gut gegangen. Ja. 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 Ja.